Jo, herzlich willkommen zurück zu COD1 und jo Wollen wir mal wieder ein paar Deutsch in den Arsch treten hier Viel fortsetzen Ich meine man befindet sich jetzt hier irgendwie auf einem Flughafen, daran erinnere ich mich noch Sie haben gefunden, dass Sie ein Rettungsflugzeug für uns organisieren Sie haben gefunden, dass Sie eine Rettungsflugzehen Sie haben noch nicht zu verlieren können, dass Sie sich so schnell Au, au, au. Ja, lenken Sie das Feuer auf sich während der Rest des Teams und so weiter und so fort. Ja, lenken Sie das Feuer auf sich während der Rest des Teams und so weiter und so weiter. Ja, lenken Sie das Feuer auf sich während der Rest des Teams und so weiter und so weiter und so weiter. Ja, lenken Sie das Feuer auf sich während der Rest des Teams und so weiter. Oh man Halleluja Oh shit Oh, das ging schön in die Hose Ich muss das wohl aushalten Oh, ich kann die auch direkt beim Start hindern, ne? Oh shit Oh shit Ich speicher hier jetzt einfach mal. Oh shit! Okay. ok nochmal speichern, damit das nicht nochmal in die Hose geht boah, junge, junge, junge haben wir es also geschafft hier, ja gut, weiter geht's mal sehen, was da so als nächstes folgt dr. Sun aber jetzt in die nächste Folge und mache jetzt erstmal eine Pause für dieses Video und ja, bis denn